Hey Leute ich bin's wieder euer gaming Kellner und es geht weiter mit einem part von Sims 4 wir sind gerade angekommen in unserer neuen nachbarschaft haben unser haus gebaut und jetzt reden wir hier mit unseren freundlichen bisher nachbarn aber eigentlich wollte ich nur mit ihr reden aber der pisser daneben an hat sich eingemischt Und das passt mir irgendwie gar nicht und das ist eine chinesin die eva meyer heißt Das ist schon irgendwo fail wenn die chinesin eva meyer heißt Freundlich 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 Einladen zu eigentlich wollte ich das jetzt nicht aber der macht wahrscheinlich trotzdem. Ja war klar er macht Wer bist du? Och man Meine güte Einladen zu zu was kann man sie denn einladen ich habe keine ahnung ich Weiß nichts Dieses grundstück ist nicht verfügbar Kann ich mit dir essen gehen gibt es irgendwas zu essen das ist ein nachtclub das ist ein fitnessstudio das ist eine bibliothek Kann man denn nirgendwo essen gehen in restaurant Museum Pumpen kann auch mit ihr was trinken gehen so wie es aussieht Dann würde ich ja glatt sagen dann gehen wir mit ihr mal was trinken in dieser In dem nachtclub der hoffentlich nicht nur nachts geöffnet hat weil wir gerade mitten am tag haben Morgen ist montag ich habe immer noch keinen job aber ich habe 722 dollar aktuell Damit kann ich gerade noch leben Jetzt schauen wir mal ob wir mit ihr ein Ich nenne es jetzt mal date haben oder nicht Die sieht ja eigentlich ganz süß aus Tina mehr auswahl freundlich Kennenlernen ich würde sie gerne kennenlernen Magst du fliegen ja ich mag fliegen ja magst du cd's ja du magst cd's oder Lass uns mal hier ach nee nichts sitzen Zusammensitzen Lass mal mit ihr zusammen da hinsitzen Sie ein bisschen kennenlernen und uns mit ihr Ordentlich anfreunden Wir würden erst mal ihren tag verschönern Und so Bisher hatten wir noch keine negativen gefühle die sie ja eingebaut haben bei die sims Das finde ich gut also dass du es bisher noch nicht hatten Ey was soll der Mist wo gehst du hin hallo Hallo Was macht die Ach die geht einen trinken Verpiss dich Kommt die jetzt her Nee Natürlich nicht die geht hinten zum barkeeper und bestellt sich da was Ja du willst schlafen so wie es aussieht du bist müde oder So Freundchen Madame Mehr auswahl freundlich Ihr Komplime Nee was habe ich denn gesagt von Herzens Komplimente machen oder so Ähnlich Ja jetzt warte mal hier Kann ich hier singen Nein das ist jetzt nicht deine Ansage Aha Sie steht direkt neben dir wenn du dich jetzt beschwerst dann rast dich aus Ich werde dir jetzt einen witz erzählen mit Dina rumalbern also Ich glaube so erkennen wir uns noch nicht oder Du willst ernsthaft schon mit mir rumalbern Ach das ist ja heiß Nene lustig rumalbern oder Freundlich tiefgründige Unterhaltung Aha wir können uns jetzt quer über den Raum unterhalten mit ihr Okay Wir werden Freundlich Ihr den Tag verschönern Warte hat sie müssen wieder rüber laufen Jetzt Nee jetzt hör mal auf ihr Blues zu hören meine Fresse Blues ist Schrott Und zusammen tanzen kannst du auch vergessen So du gehst jetzt erstmal hier hin Ja bewegt deinen Arsch Du gehst jetzt hier hinten hin weil du willst einen ähm Getränk bestellen Du bestellst einen brennenden brennenden Vollmundsalzer Also wir trinken jetzt einen brennenden Vollmundsalzer Und ich habe mal wieder vergessen meinen Counter zu stellen Mache ich jetzt auf 10 Minuten das wird schon reichen Ich glaube 5 Minuten haben wir schon oder Ich hoffe dieses Getränk tut unseren Hunger etwas löschen Hoffe ich Weiß es ja nicht Auf Getränk warten Chips bestellen Chips bestellen Deine Ernst So Leute ich beende den Part jetzt mal vorzeitig Weil ich bekomme gerade Besuch Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal Bis dann euer Gaming Kellner Ciao